los geht's ganz schön laut hier was das hat nur der wicklauf gemacht der anzug wird den kontakt mit diesem wasser auf keinen fall überstehen der freeze strahl wird es vielleicht lang genug ein damit ich darauf gehen kann mehr Ich habe gerade gehört, dass mein Dad in das Rathaus beordert wurde. Strange hat darum gebeten, dass das Notfallsprotokoll 10 in Kraft gesetzt wird. Weiß Gordon, was Protokoll 10 ist? Es ist eine Sicherheitsmaßnahme nur für den Notfall. Strange hat dem Staatsrat gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es die ganze Zeit geplant. Es sieht ganz danach aus. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gotham planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich komme immer wieder neu. Rätsel dazu, dass es das cooler ist. Keine Ahnung. Ich hatte nur gehört, dass die Ärzte ihm nicht helfen können. Quinn ließ mich wegen des Heilmittels sogar eine Ärztin folgern. Nein, was hat sie gesagt? Kurz vor ihrem Tod hat sie immer noch gesagt, dass es kein Heilmittel gibt. Danach war nicht mehr viel. Ist auch egal. Er ist zurück. Der Joker ist zurück. Oh, das sieht cool aus. Oh Gott, wie geil. Ich mag das Verbrüte einfach. Hinter seiner mit Waffe. Wenn ich fertig bin, erkennt dich nicht mal mit deiner Mama. Ah, die sind schwer. Mit Waffe dabei und so. Das nervt. Du wirst in Alcum City sterben. Du wirst hier sterben. Live-Technisch geht's uns nicht gut. Er schlaft noch. Und wir sind weg. Guten Abend, Soldaten. Hier ist General Jay. Mit einem kurzen Statusbericht aus Alcum City. Wie ihr sehen könnt, sehe ich schon viel besser aus. Ach was. Oh Mann, der ist wieder fit. Ich will antworten. Jetzt. Also es ist so. Antworten befriedigen auf Dauer niemanden. Manchmal muss man sich auf Enttäuschungen gefasst machen. Denkt drüber nach. Tut mir leid, die Lauf. Ich kann das echt entstehen. Ich werde jetzt mal erklären, wie es aussieht. Der Joker gewinnt. Du und dein Boss. Ihr verliert. Wir wollen natürlich, dass Joker auch weiterhin gewinnt. Also wirst du... Es ist Batman. Es ist Batman. Wer hätte damit gerechnet? Batman rettet mich. Ich wollte nichts machen. Schallschock. Nennen wir doch so zu. Der Penner greift mich doch. Ich glaube, es hackt. E-Moll. Okay, 2-Moll. Okay, 3-Moll. Okay. Ah! Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, ne! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Konzentration, Konzentration. Ja. Und warum zählt er da nicht? Wow! Doppelt schwer! Also, ich muss hier aufladen, weil er dann so elektrisiert ist und noch so Schalter treffen. Was nicht einfach ist. Beim ersten Mal habe ich auch eine Blitze, die ich rieb. Wir fliegen einfach mal durch links, vielleicht kriegen wir dann die Kurs besser. Oh ja! Cool! 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 Und ja, ich sehe, dass ich der Blindhof wieder A gebottkriegt habe. Und ja, ich sehe, dass ich die Blindhof wieder Auge habe. Und ja, ich sehe, dass ich die Blindhof wieder Auge habe. Was ist geschehen? Ich habe getan, was du gesagt hast. Ich habe mich versteckt und sie beobachtet. Wir haben im Nachbarraum irgendwelche Dinge auf dem Boden platziert. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Funktioniert das? Sehe ich besorgt aus? Besorgt? Nein. Krank? Sehr. Siehst schrecklich aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie zurück in Ihr Versteckung. Und immer ist der Beckeranzug kaputt. Also habe ich es gemacht. Hätte es Zeit, wenn Sie betreten sollen. Echt lustig, Mann. Dieser Kerl trägt eine Miene mit Annäherungszünder. Hat sie es getan? Natürlich. Ich meine Sie mich doch an. Ich bin heiß. Was ist mit Jing? Er sieht besser aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah er noch beschissen aus, und heute? Der echte Sch... Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Nein. Da bist du da. Kommt hier rüber. Ich habe Batman gefunden. Da oben. Ich sehe ihn. Was? So, wie immer. Einfach rein. War wieder total verkehrt. Soll ich Abramovic runterschicken, damit er für euch eine motivierende Rede ist? Ich habe gehört, dass er immer ein paar Hammer-Argumente dabei hat. Ach, ich finde dich. Hörst du mich? Ich... Glaub ja nicht, dass du dich im Dunkeln verstecken kannst. Hä? Wir haben ihn! Oh, Betz! Wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe! Zum Sterben gut! Leute, 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 ich bin... Ich glaube, ich bin so ruhiger jetzt. Ich mal mit deinen. Ich bin ja der Typ vom Schleicher, das funktioniert nicht. Hat sie es getan? Natürlich! Ich meine, sie mich da... Was? Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Ich sichere die Tür. Ich passe hier auf. Hä? Au! Da oben. Ich sehe ihn. Ich habe hier jemanden. Er ist weg. Ich habe ihn verloren. Er findet ihn sofort. Komm, wach auf. Er ist bewusstlos. Zeig dich, Feigling! Das kann ein bisschen wehtun. Oder jetzt? Soll... Soll mir das Angst machen? Er ist Kampf. Da bist du ja. Kommt hier rüber! Ich habe Batman gefunden. Das kann ein bisschen wehtun. Ich sehe, was du machst. Wie willst du die Dinger benutzen, wenn sie nicht mehr da sind? Zu mir! Ich habe ihn! Hä? Mann ist der Scheißkalb! Was wirst du tun? Hier drüben! Ich habe ihn! Er ist hier! Da lang! Er ist da lang! Du wirst mir nicht entkommen! Boah, der hat mich durch die Scheibe zieht. Ich bin der Typ vom Schleiche hier, ihr verdammte Pflaster! Ich bin der Typ vom Schleiche hier, ihr verdammte Pflaster! Rauf da! Ich platzi! Ob eine Waffe hat oder nicht! Ich klappe alle um! Du siehst gar nicht gut aus.